Ich schwöre, dass ich meiner Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von den Wänden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Unser Kanzler. Er ist der Dirigent des Aufschwungs. Er hat die Wirtschaft wieder in Schwung gebracht, Arbeitsplätze geschaffen und gesichert. In einer beispielhaften Aktion hat Helmut Kohl Leerstellen für unsere Jugend gefordert und mit der Wirtschaft durchgesetzt. Mit ihm läuft's. Die Renten sind wieder sicher. Die Preise stabil wie nie zuvor. Neue Technologien schaffen Zukunft. Zukunft für uns alle. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Helmut Kohl arbeitet mit Erfolg für die deutschen Interessen in Ost und West. Sein Wort gilt in der Welt. Er setzt sich beharrlich ein für den Ausbau der Freundschaft im westlichen Bündnis und mit den europäischen Nachbarn. Seine Arbeit gilt Frieden und Freiheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017